Tja, meine Damen und Herren, diesen Freitag, ab 20 Uhr, startet unser Der Dumba Blatt Tour & Tour Cup auf eSportel. Bei diesem Cup werden insgesamt 350 Euro rausgeballert, also rankommen, meine Damen und Herren. Wer sonst am Turnier teilnehmen möchte, erstellt bitte noch bis Freitag ein Team, nimmt da sein Mate mit rein, mit dem man eben spielen will, und meldet sich mit diesem Team dann hier an, einfach auf jetzt anmelden drücken. Am Freitag selbst, im Ablauf, jetzt auch noch ein Check-in geben, dann bitte halt ready sein, aber das ist ja logisch. Hier unten ist auch nochmal alles erklärt, also wie drehe ich dem Turnier bei und wie sind die Zeiten, wann geht's los? Die Gewinne sind wie folgt aufgeteilt, es gibt einmal 250 Euro, die man beim Spielen bekommt, und zwar 200 Euro dann für Platz 1 bis 4, sowie 50 Euro an Special Drops, die einfach während den Spielen stattfinden, also man muss noch nicht mal gewinnen, man kann trotzdem was bekommen. Darüber hinaus gibt es bei mir im Livestream noch Drops im Wert von 100 Euro, die man sich ergattern kann, wenn man zuschaut. Ich werde alle Spiele casten, beziehungsweise die Spiele casten, die ich nun mal casten kann, also ich kann ja nicht 3, 4 Spiele auf einmal casten, aber ich gucke, dass ich überall mal die Nase drin hatte und zuschaue, wie die Teams so reindaddeln, und während ich das mache, kann man bei mir im Stream eben diese 100 Euro in Form von Skinball und Gutscheinen snacken. Die werden einfach an die Zuschauer live gedroppt, also während man eben zuguckt. Natürlich gibt es über diese Gewinne hinaus auch nochmal mein übliches Giveaway, das ich in den Streams sowieso immer habe. Ich stream dreimal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr, aber diesen Freitag ist eben dieses super duper Turnier. Wer also mitmachen möchte, Team erstellen, den Mate einladen, sich hier anmelden und auch ready sein dann fürs Check-In. Wer zuschauen möchte, einfach in den Stream kommen, das ist total chilly. Wir sehen uns also spätestens am Freitag wieder oder heute schon im Livestream, falls ihr mich genauer mal live sehen wollt, ne. Ab 18 Uhr geht's dann wieder los. Ellie go, meine Damen und Herren.